Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bücher-Video und heute zeige ich euch ein paar Bücher, vor denen ich Angst habe. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, Bücher, vor denen sie Angst hat, jetzt so Horrorbücher wie zu Halloween oder was? Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich meine auch nicht Bücher, die ich im Regal stehen habe und da kriege ich sofort eine Panikattacke, wenn ich die sehe. Okay, es geht eher so in die Richtung Bücher, die ich gerne lesen würde, aber irgendwas in mir traut sich einfach nicht. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele dafür aus dem Regal gezogen und die mal so in drei Kategorien eingeteilt und ich dachte, ich fange am besten mal mit dem Buch an, mit dem das Ganze, also diese Video-Idee gestartet hat. Und zwar lese ich dazu Zeit, wie ihr wahrscheinlich wisst, immer noch Die Säule Erde von Ken Follett. Ich bin immer noch auf Seite 340 ungefähr und komme einfach nicht weiter. Und dieses Buch stand fünf Jahre bei mir im Regal und von Anfang an wollte ich es unbedingt lesen. Ich hatte so viel Positives gehört und ich wollte einfach dieses Genre und diesen Autor ausprobieren. Aber die Ungewissheit, ob es mir gefallen würde, zusammen mit der Dicke des Buches und ja, der Inhalt hörte sich irgendwie komisch an und so diese Kombination aus allem hat in mir einfach so einen Respekt davor ausgelöst, dieses Buch zu lesen, dass ich mich einfach nicht überwinden konnte. In diese gleiche Kategorie fällt auch die Reihe Game of Thrones von George R. R. Martin. Ich habe jetzt mal stellvertretend den ersten Teil hier mitgebracht. Die Bücher habe ich schon gelesen und die haben mir auch alle gut gefallen. Aber das Problem, was ich dabei hatte, war, dass die Bücher einfach so vollgestopft mit Informationen sind. Es gibt so viele Charaktere, so viele Blickwinkel, ja, so viele Zusammenhänge, die man halt erst später irgendwie bemerkt, dass ich gefühlt nur ein Drittel von der Geschichte mitbekommen habe. Und das ärgert mich halt irgendwie. Und ich glaube, wenn man so eine Reihe wie die zum Beispiel halt mehrmals liest, hat man einfach mehr davon, weil man viel mehr mitbekommt und viel mehr Zusammenhänge erkennt. Deswegen würde ich diese Reihe unglaublich gerne nochmal lesen, besonders bevor der neue Band rauskommt. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber trotzdem würde ich es vorher gerne nochmal lesen. Aber ich weiß jetzt halt, wie intensiv diese Bücher sind und dass man halt wirklich sich konzentrieren muss und sich Zeit nehmen muss. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich einfach Angst, dass ich wieder nur die Hälfte davon mitbekomme. Und ich kann das sehr schlecht in Worte fassen, aber das hier sind also Beispiele für meine erste Kategorie von Büchern, von denen ich Angst habe, einfach wegen der Intensität und der dichter an Informationen, die es in diesen Büchern gibt. Die zweite Kategorie, die ich habe, geht in eine ähnliche Richtung. Hier geht es aber um Sachbücher und ich habe mal stellvertretend drei mitgebracht. Und zwar sind das The State of Africa von Martin Meredith, Dietrich Schwanes Bildung, Alles, was man wissen muss und als letztes von Bill Bryson, Eine kurze Geschichte von fast allem. Und all diese Bücher interessieren mich so dermaßen und ich möchte sie unbedingt lesen. Aber ich weiß halt auch, dass da sehr viele Informationen drin sind. Und was mir meistens passiert ist, ich lese es dann und habe es sofort wieder vergessen. Und genau das möchte ich halt nicht. Ich will halt alles, was da drin steht, mir irgendwie merken und darauf weiter aufbauen. Und ich will halt nicht meine Zeit verschwenden und Sachen lesen und danach überhaupt nicht mehr wissen, was ich gelesen habe. Und ich habe einfach noch keinen Weg gefunden, wie ich mit solchen Büchern umgehen soll. Also soll ich mir Notizen machen? Soll ich irgendwie nebenbei googeln und mir noch weitere Infos zu den Sachen rausholen, dass es halt hängen bleibt? Oder soll ich immer nur ein ganz kleines bisschen lesen? Ich weiß halt einfach nicht, wie ich diese Bücher am besten lesen sollte und deswegen lese ich sie dann irgendwie einfach gar nicht. Und in meiner letzten Kategorie haben wir Bücher, die ich alle schon mal gelesen habe und die ich geliebt habe und die ich jetzt gerne nochmal lesen möchte, aber mich irgendwie nicht traue. Als erstes habe ich hier die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Rubinrot besitze ich leider nicht, aber sobald ich es habe, werde ich diese Reihe nochmal lesen und davor habe ich Angst. Mir hat diese Reihe so gut gefallen und ich habe einfach Angst, dass wenn ich sie nochmal lese, dass sie mir vielleicht nicht mehr so gut gefällt. Und dann, ich weiß auch nicht, ich mag das halt, die Bücher am Regal stehen zu haben und dann gucke ich sie mir gerne an oder nehme sie in die Hand. Und ich weiß halt, also mir bedeuten die Bücher was und sie sind mir wichtig und ich weiß halt, dass die Geschichte schön war. Und wenn ich das jetzt nochmal lese und mir gefällt es nicht, dann verlieren die Bücher irgendwie an Bedeutung. Zwei weitere Beispiele und vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Beispiele dafür sind einmal von Cecilia Arhan, PS, I Love You und die Wellenäufer-Trilogie von Karl Mayer, die ich vor zwei oder drei Jahren gelesen habe. Und für diese Bücher gilt genau das Gleiche und zwar habe ich mich einfach vollkommen in die Geschichten verliebt. Ich wusste jeweils danach, dass ich alles von diesem Autor oder von dieser Autorin irgendwann in meinem Leben mal lesen muss. Und ich habe einfach noch ganz klare Erinnerungen daran, wie es mir ging, als ich die gelesen habe, wo ich war, wie ich mich gefühlt habe, wie das Wetter war, was ich gegessen habe. All so Details. Und es ist halt, wenn ich die im Regal sehe oder wenn ich an die Geschichten denke oder darüber rede, dann erinnere ich mich halt daran. Und es ist halt einfach eine total schöne Erinnerung. Und wenn ich die Bücher jetzt nochmal lese, dann habe ich halt Angst, dass ich mir diese Erinnerung kaputt mache und dass ich halt nicht mehr diese ganzen positiven Assoziationen habe, sondern vielleicht denke ich mir beim zweiten Mal lesen, naja, so toll war die Geschichte jetzt auch nicht. Oder ich lese die Geschichte vielleicht gerade zu einem Zeitpunkt, wo es mir nicht so gut geht oder so und dann versaue ich mir halt irgendwie die schönen Erinnerungen. Das sind also meine drei Kategorien an Büchern, vor denen ich irgendwie Angst habe und wo ich mich nicht überwinden kann, sie zu lesen. Lasst mir gerne mal eure Bücher da, vor denen ihr vielleicht so ein bisschen Angst habt, weil, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, jeder hat so Bücher, die einem irgendwie Schiss einjagen, aus was für einem Grund auch immer. Lasst mir auch gerne eure Gründe da. Vielleicht habt ihr ja noch andere Gründe, dass ihr irgendwie sagt, ihr habt wirklich Angst davor, was da drin steht. Also es gibt ja auch so Geschichten, die sind halt einfach nicht schön, wo es vielleicht um persönliche Schicksale geht oder so, wo man halt irgendwie Angst hat, dass man da vielleicht Sachen liest, die einen dann nicht mehr loslassen oder sowas. Ja, also lasst mir gerne da, welche Bücher das sind, vor denen ihr vielleicht so ein bisschen Schiss oder Respekt habt und warum das so ist. Und am allerwichtigsten für mich, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man sich dazu überwinden kann, sie zu lesen, dann lasst ihr mir gerne da, weil ich lese ja gerade so in der Erde von Ken Follett und ich komme einfach nicht weiter, weil ich werde diesen Gedanken nicht los, dass jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand habe, denke ich, Scheiße, es ist so dick und irgendwie habe ich einfach so Angst vor dieser Geschichte und das ist total blöd eigentlich, weil das Buch gefällt mir richtig gut. Und nach 43 Jahren könnte man ja meinen, ich hätte diese Angst jetzt mal abgelegt. Also Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das Wort, aber ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben. Also lasst mir eure Bücher da, eure Kategorien. Also wieso habt ihr Angst vor diesen Büchern oder Respekt vor diesen Büchern? Und als letztes, was kann man dagegen tun, dass man irgendwie diese Bücher doch liest, weil ich glaube, mir entgeht gerade sehr viel. Das war es von mir für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!